Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Videopodcasts Minenbriefing, dem Kurzupdate zu Gold, Silber und natürlich den Minenaktien. Mein Name ist Hannes Zipfel, ich bin selbstständiger Analyst und betreue als Trader das Wikifolio Ausis Gold und Silbermine. Unsere Themenagenda für heute umreißt zunächst das ganz aktuelle Thema Brexit und hier speziell was bedeutet dieses Ereignis für Gold und Silber. Dann wollen wir uns anschauen, was im Moment generell für Minenaktien spricht, neben dem jüngsten wieder sehr starken Anstieg der Metallpreise. Dann wollen wir uns das Ausis Wikifolio anschauen und ich habe Ihnen heute hier mal dezidiert die Vorteile aus meiner Sicht eines Wikifolios, aus Sicht eines Asset Managers, eines Traders, mal mit aufgelistet, aber auch für Investoren. Wir schauen uns kurz das Portfolio an und dann habe ich hier noch den Punkt Performance mit aufgeführt. Und ganz zum Schluss ein Minenporträt, diesmal Sabina Gold und Silber Corporation, ein Bergbauunternehmen, das ja in den letzten Wochen reichlich Turbulenzen im Aktienkurs verzeichnet hat und für Gesprächsstoff sorgte. Da möchte ich Ihnen mal erläutern, was denn die Ursache für die Kursbewegung war, meine persönliche Sicht der Dinge auch mal mit einfließen lassen und mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Auf jeden Fall werden wir in allen folgenden Minenbriefing, Videopodcast, eine Mine porträtieren. Und heute ist es die Sabina. Erster Punkt, was bedeutet der Brexit für Gold und Silber? Da habe ich als Hauptrisiko den potenziellen Domino-Effekt für die EU oder spezieller für die EWWU, also die Europäische Währungs- und Wirtschaftsunion, mal hier genannt. Und als Hintergrundbild so ein Puzzle, aus dem jetzt das Stück Großbritannien rausgebrochen wurde, gezeigt. Aber Sie sehen das auch schon an anderen Rändern, an der Peripherie, sich Stücke lösen. Das ist, glaube ich, das größte aktuelle Risiko. Das sieht auch der Hedgefonds-Manager und legendäre Investor George Shor so. Das ist 85 Jahre alt, immer noch sehr aktiv. Der gebürtige Ungar lebt ja heute in Amerika, ist 26 Milliarden schwer und hat 1992 schon das Pfund in den Abgrund gestürzt, als das damals aus dem europäischen Währungssystem rausgekickt hat und die Wette gegen die Bank of England gewann. Und er ist auch der Meinung, dass das größte Risiko für die EU dafür besteht, dass der Brexit erst der Auftakt war und was dann folgen könnte. Das nennt sich Spexit, Grexit, Nexit, Itxit, Öxit, Frankxit, Chexit, Dankxit und so weiter. Man könnte das beliebig fortsetzen, aber neben dieser doch sehr lustigen Abkürzung steht immer auch ein konkretes politisches Ereignis dahinter. Heute ganz aktuell die Parlamentswahlen in Spanien, wo hier ganz rechts dargestellt, der Pablo Iglesias und seine Podemos-Partei antreten, um tatsächlich die Regierung abzulösen und eine Regierungskoalition mit den spanischen Sozialdemokraten zu bilden. Eine Koalition des Widerstands wogegen? Gegen die Austeritäts-, also Spardiktate aus Brüssel und Berlin. Also man möchte hier ganz klar entweder sich komplett gegen die Linie von Brüssel und Berlin stellen oder mit einem Referendum auch den Austritt erzwingen. Und das Gleiche gilt ganz links dargestellt für Marie Le Pen und ihren Front National. 2017 haben wir ja Parlamentswahlen in Frankreich. Und auch Marie Le Pen tritt an mit der klaren Aussage, ich möchte, wenn ich Präsidentin der Republik Frankreich werde, ein Austritts-Plebes-Ziet initiieren. Rechts daneben Beppe Grillo von der Fünf-Sterne-Bewegung möchte selbiges Italien rausführen aus der EU, eben auch um dem Diktat aus Brüssel und Berlin in Sachen Austerität zu entgehen. Und er hat auch schon erste große politische Erfolge vorzuweisen. Jüngst ist ja seine Parteifreundin, die Virginia Ratschi, die ist jetzt 37 Jahre alt, neue Bürgermeisterin von Rom geworden. Also da bewegt sich einiges in Europa. Ja, rechts daneben der Gerd Walders, den kennen Sie von der Partei für die Freiheit aus Holland. Auch der möchte raus. Das ist eigentlich laut niederländischer Verfassung nicht vorgesehen, dort eine Volksbefragung zu diesem Thema vorzunehmen. Aber die Kräfte innerhalb Europas, die sich ein anderes Europa vorstellen oder sogar ohne diesen großen Gemeinschaftsstaat, diesen oft ja als bürokratischen Apparat verschriebene Währungs- und Wirtschaftsunion, die sich das anders vorstellen. Und was Volksreferenten angeht, da hat der Kollege rechts neben Gerd Walders ja schon seine Erfahrung, Alexis Tsipras hatte ja im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, auch ein Referendum durchgeführt. Und die Bevölkerung sagte damals ganz klar Ochi zu den Spardiktaten. Und er hat sich aber trotzdem nicht dran gehalten. Hält sich seitdem an der Macht. Die ist aber sehr brüchig. Das kann jederzeit auseinanderfallen. Seine Mehrheit im Parlament ist hauchdünn quasi nicht mehr vorhanden. Und dann sehen wir auch da entsprechende Tendenzen. Ja, in Dänemark und in Tschechien wissen wir, dass die Nationalisten sehr, sehr stark sind. Und es kann hier zu entsprechenden Absetzbewegungen kommen. Das Gleiche gilt auch für Österreich. Sehr interessant. Da hatten wir vor kurzem ja erst die Präsidentschaftswahlen, wo die FPÖ an der Spitze mit Hans-Christian Strache Erfolge verzeichnet hat. Und sie wissen, dass der Kandidat Van der Bellen von den Grünen gewonnen hat. Aber diese Wahl wird wohl wiederholt. Denn nicht nur die FPÖ, sondern auch die Rechtsexperten der Grünen, also der Gewinnerpartei, haben ganz klar gesagt, dass die Wahl so nicht gültig ist. Und sie wird jetzt, wenn das Verfassungsgericht Österreich so entscheidet, wohl im Oktober, wiederholt, auch das sorgt für weitere Turbulenzen in der Eurozone und könnte einmal mehr die Anti-Europäer stärken. Die Euroskepsis befeuert dann auch den Goldpreis, speziell in Euro. Ich habe Ihnen hier mal den Vergleich dargestellt. Indiziert auf 100 von vor zwei Jahren. Blau dargestellt, Goldpreis in Euro. Und Orange-Rot-Goldpreis in US-Dollar. Und da sehen Sie, der Goldpreis in US-Dollar hat zwar eine schöne Bodenbildung hingelegt, das hat sicherlich primär auch mit den ökonomischen Herausforderungen und der abgesagten Zinswende in Amerika zu tun, aber viel stärker ist der Euro gestiegen. Das hat natürlich zu tun mit den ganz speziellen Problemen Europas, mit den zunehmenden Zentrifugalkräften, die Europa auseinanderzureißen drohen und mit den Gegenmaßnahmen der EZB eine sehr laxe, aggressive, qualitative, quantitative Geldpolitik hat dazu geführt, dass der Goldpreis in Euro, anders als die Stagnation in US-Dollar, um 22,23 Prozent in zwei Jahren zugelegt hat. Das ist eine Tendenz, die hat sich jetzt auch nach dem Brexit am Freitag noch mal verstärkt. Und das könnte im Zeitverlauf, wenn dann die eben gezeigten politischen Protagonisten und ihre politischen Parteien es schaffen, wieder mehr Souveränität zu fordern, Bürokratieabbau und die EU ihrerseits nicht reformfähig ist, nicht ausreichend reformfähig, könnte das eben tatsächlich dazu führen, dass wir uns irgendwann wieder in einer EG wiederfinden, vielleicht mit einer Währungsschlange, einem Währungsband und nicht mehr mit festen Wechselkursen, sondern wieder mit souveränen nationalstaatlichen Geldpolitiken und Währungen. Und das im Vorfeld einer solchen Entwicklung würde natürlich der Euro stark abwerten. Das würde sich auch nicht nur im Dollarkurs und anderen Wechselkursen zeigen, sondern eben auch in der heimlichen Weltlandwährung Gold in Euro. Wenn wir uns mal anschauen, ein ganz wichtiger zweiter Punkt ist Gold und Silber als sicherer Hafen, als Safe Haven. Das ist eine Lektion, die die Finanzmarktteilnehmer jetzt zum wiederholten Mal gelernt haben. Also das ging schon 2007, 2008 fortfolgende so, dass im Zuge der Finanzkrise Lehman Brothers Gold und Silber massiv anzogen. Dann hatten wir diese Entwicklung noch einmal 2012, als sich die Euro-Krise verstärkte, bis zum Sommer, als dann Mario Draghi sagte, wir retten den Euro, whatever it costs und whatever it takes. Und er dann auch die südeuropäischen Zentralbanken aufforderte, Gold zu verkaufen. Ist zwar nie passiert, aber bis dahin hat Gold als sicherer Hafen fungiert. Wir haben das gesehen letztes Jahr im August, als China wankte. Wir haben das gesehen seit Januar, Februar sehr stark. Die Entwicklung, das sehen Sie hier, dargestellt. Da sind die Aktienmärkte abgestürzt. Januar, Februar hier mal dargestellt. S&P 500, DAX 30, Eurostox 50 abgestürzt. Und nach oben absetzen, also negativ korrelierend, dann Gold, Silber und ja auch die Bundesanleihe. Für Portfolio-Manager eine ganz wichtige Lektion. Gold und Silber, das sind die neuen sicheren Häfen. Wenn Sie am Freitag geschaut haben, Gold mit plus 5 Prozent, Silber mit 2,55 Prozent. Auf Dollarbasis, auf Euro noch viel stärker angestiegen. Wenn das die Portfolio-Manager und auch die Algorithmen immer mehr lernen, dass das die neuen sicheren Häfen sind, deutlich effektiver als die Anleihen und natürlich nicht negative Zins, dann ist auch das eine wichtige Entwicklung für Gold und Silber, die aus dem Brexit resultiert. Wieder mal haben Gold und Silber vielen Portfolio-Managern die Performance gerettet und für Stabilität gesorgt. Also ganz wichtige zwei Lektionen, die Eurozone, Ansteckgefahr, das könnte Gold in Euro und Silber in Euro beflügeln. Natürlich auch die Minen, die ja Sie als Deutsche, als Europäer in Euro in Ihren Portfolios halten. Auch die Minen profitieren davon, die ja meistens in US-Dollar, Kanada-Dollar, südafrikanischer Rand, Austral-Dollar etc. gelistet sind, dass diese Minen in Euro eben zusätzlich einem positiven Währungseffekt dann unterliegen, wenn die Ausländischen, die Fremdwährungen gegenüber Euro aufwerten. Also nicht nur für Gold und Silber ein positiver Effekt, sondern auch für die Minen. Und viele Portfolio-Manager, unter anderem übrigens auch der genannte und zitierte George Horosch, setzen wieder verstärkt auf Gold mit der Argumentation der Negativzinsen und mit der Argumentation der Risiken eines Domino-Effekts in Europa, dass die Bedeutung des Brexits für Gold und Silber. Ich habe Ihnen hier mal den Tag des Brexit gezeigt. Also es war ja eine sehr wilde Nacht und so gegen drei bis vier Uhr kamen dann die ersten Wahlbezirke, die auch die Brexit-Beführer der Form sahen. Ich habe es Ihnen hier mal eingezeichnet mit dem weißen Pfeil, da ging das los. Da begann dann die brutale Rallye des Goldes, die in Dollar bis 1.360 führte. Danach hat sich Gold etwas beruhigt, aber was blieb, war in Dollar ein Tagesplus von 5 Prozent. Und das in einem Umfeld, in dem der Nikkei 8 Prozent verlor, in dem der DAX 800 Punkte gesunken ist und auch der S&P 500 und der Dow Jones massiv in den Keller gingen. Das war sehr wichtig für die Zukunft des Goldes, denn Sie müssen wissen, viele Investoren, gerade in Amerika, die suchen händeringend nach einem Gegengewicht für Risiken im Portfolio. Denn Aktien unterliegen heute hohen Schwankungen, natürlich durch die fragile Weltwirtschaft. Wir haben die Anleihen, die im Grunde ein unverzinstes Risiko darstellen. Im besten Fall bekommt man bei negativverzinsten Anleihen weniger zurück, im schlimmsten Fall gar nichts mehr. Also man sucht nach neuen sicheren Häfen. Das ist Gold in vielen Teilen, aber aufgrund der Satzungsbeschränkungen sind viele Investoren darauf angewiesen, in Aktien zu investieren. Und das ist natürlich wunderbar, dass es eben auch Minenaktien gibt, also sozusagen Edelmetalle mit Dividende, die Sie dann kaufen können. Nicht umsonst ist Barrick Gold einer der Gewinneraktien dieses Jahres, wenn man sich den weltweiten Aktienmarkt in seiner Gesamtheit, nicht nur sektorial betrachtet, anschaut. Ja, das Gleiche übrigens, was wir bei Gold gesehen haben, haben wir auch bei Silber gesehen. Also auch Silber hier in seiner Twitter-Funktion zwischen Geldmetall seit über 5000 Jahren und Rohstoffmetall hat sich am Freitag im Zuge des Brexit für den geldigen Charakter entschieden. Nicht ganz so stark gestiegen wie Gold, aufgrund der Rohstoffkomponente, aber mit über zweieinhalb Prozent auch ein sicherer Hafen, stark angestiegen. Zum Teil massiv überschossen bis in Richtung 1840. Da gab es wohl einen kleinen Short-Squeeze, den ich auch im letzten Video schon vermutet hatte, dass der früher oder später eintritt. Aber das ist aus meiner Sicht nur der Anfang einer Entwicklung, die jetzt in den nächsten Monaten und Quartalen Gold und Silber wieder auf neue zyklische Höchststände schicken wird. Rein charttechnisch sieht das schon sehr konstruktiv aus und wir haben bei Gold einen neuen zyklischen Höchststand so schon erreicht, mit Schlusskurs ungefähr 1320 Dollar Basis. Am Freitag, Sie sehen das hier, die sogenannte Year-to-Date-Betrachtung in US-Dollar, also seit Jahresanfang. Und das ist ein sehr schöner Aufratsterm, der für den Rest des Jahres noch einiges vermuten lässt. Denn Sie wissen, ich werde zum nächsten Video auch nochmal aufgreifen, Thema Saisonalität richtig Spaß machen, die Edelmetalle im zweiten Börsensemester. Aus welchen Gründen das so ist, das werde ich dann im Detail erläutern. Fakt ist, die größte Performance machen Gold und Silber in den Monaten September bis Februar. Wenn wir uns etwas mittelfristiger Gold anschauen, hier mal zurückgehend bis auf das Ende der Millennium-Source bis 2011, dann hatten wir diese starke Korrektur, jetzt die Bodenbildung. Und wenn wir hier uns das anschauen, da sind noch einige wenige Horizontalwiderstände zu nehmen. Und dann kann meiner Meinung nach der Goldpreis Ende des Jahres schon bei 1500 Dollar stehen, meine ganz persönliche Prognose. Fakt ist, wir sind aus dem Abwärtstrend ausgebrochen. Wir haben uns zurückgekämpft in den dynamischen Aufwärtstrend. Ich hatte das im letzten Video schon angesprochen. Sehr interessante Situation. Da ist richtig Musik drin. Ja, es ist korrekt. Es sind im Moment viele Spekulanten long positioniert. Die COT-Daten, die COT-Daten zeigen hier etwas Vorsicht. Konsolidierung jederzeit möglich. Vielleicht auch nochmal ein Gegenangriff der Shorties jederzeit möglich. Aber die Tendenz ist klar, der Goldpreis will nach oben. Das sieht man hier ganz deutlich. Und das Umfeld Brexit, Negativzinsen, Gelddrucken, desperate Geldpolitik, desperate Fiskalpolitik. Traumhaftes Umfeld für Edelmetalle muss man haben. Und es ist der letzte verbliebene Safe Haven. Wenn wir uns Silber anschauen, da sehen wir auch hier eine wunderbare Umkehrformation. Eine, ja, eine Bowl, eine Untertassenformation. Und Sie sehen hier rechts außen die grüne Kerze mit der kleinen Short Squeeze. Wurde wieder etwas eingefangen. Auch bei Silber die Terminmarktsituation etwas angespannt. Aber auch hier meiner Meinung nach eher ein Paradigmenwechsel, der in die Richtung geht, dass die Shorties falsch liegen. Sicher, es wird immer Leute geben, die sich absichern. Aber die Zeit, in der man über Short-Kontrakte, über die Comex den Silberpreis runter manipulieren kann, die sind meiner Meinung nach vorbei. Das zeigen auch die sukzessive weiter ansteigenden Gold- und Silberbestände der ETF, also der großen physischen Edelmetall-Kapitalsammelstellen. Und auch die Tatsache, dass an der Comex sehr viele Marktteilnehmer die Chance nutzen, am Ende der Kontraktlaufzeit sich das Metall liefern zu lassen. Bekannt ist das ja zuletzt geworden über JP Morgan, die mittlerweile 500 Millionen Onzen physisch long sind und sich auch Gold bis zum Limit von der Comex am Laufzeitende ausleihen lassen. Also, Fluktuation möglich, aber hier bahnt sich etwas an, das mit zunehmendem Zeitverlauf an Dynamik und zwar Richtung Norden gewinnen sollte. Auch bei Silber, konstruktives Chartbild. Ich habe es mir übertitelt mit bereit für den Ausbruch. Wenn wir uns Silber hier etwas längerfristiger anschauen, da sehen Sie, da ist noch nicht viel passiert. Die Bodenbildung, ja, ist sehr konstruktiv. Aber der große Ausbruch nach oben steht noch bevor und ich persönlich glaube, aufgrund der Entwicklung der Weltwirtschaft, des globalen Geldsystems, der desperaten Geldpolitik und der generellen Überschuldungstendenzen, dass wir diesmal nicht bei den 50 Dollar, die wir zuletzt 2011 gesehen haben, Halt machen werden. Insofern bahnt sich hier wirklich eine fulminante, sensationelle Investmentgelegenheit an. Ich würde es als Lifetime Opportunity betrachten und warum man diese Entwicklung vor allem mit Silberminen spielen kann oder investieren sollte, das erkläre ich Ihnen gleich noch. Natürlich, physisches Metall ist ein Must-Have. Ich glaube, das sind alle, die sich mit Edelmetallen beschäftigen, einer Meinung mit mir, auch den Gründen, warum man Edelmetalle besitzen sollte. Und das Mineninvestment ist einfach on top, denn solche Gelegenheiten muss man beim Schopfe packen. Bei all den Risiken, die ein Brexit mit sich bringt, aber auch andere Entwicklungen wie die globale Überschuldung, muss man sich darüber klar sein, die größten Vermögen werden in Krisen gemacht. Dafür braucht man ein bisschen Nerven und einen guten Manager und vor allem jederzeit gute Informationen. Aber ich denke, dass wir das zusammen im Ausis Gold- und Silberminenportfolio sehr gut schaffen werden. Was spricht aktuell für Minenaktien? Da habe ich hier das Ganze mal übertitelt mit Vorteil Nummer 1, Edelmetall mit Dividende. Natürlich ist das ein bisschen plakativ. Sie wissen, dass viele Minen das Metall im Boden nicht gehört, aber sie haben Schürflizenzen vertraglich gesichert. Deshalb gefallen mir politisch stabile Länder, in denen auch die Eigentumsrechte sehr stark hochgehalten werden, wie Australien, Kanada. Also generell das Commonwealth gefällt mir hier sehr gut, weil man davon ausgehen kann, dass wenn Lizen erst mal erteilt sind, man die auch nutzen kann. Ich weiß um die Risiken, die es auch im Thema Gewinnbesteuerung etc. gibt. Aber Fakt ist, Minen sind in einem Umfeld, in dem Edelmetalle steigen, weil es keine Zinsen mehr gibt, die beste Wahl für viele Vermögensverwalter, Assetmanager und Spekulanten. Denn sie bieten eine Partizipation, eine überproportionale Partizipation an der Edelmetallhaus. Auch zu dieser überproportionalen Partizipation werde ich Ihnen in Kürze noch in dieser Präsentation ein schönes Schaubild zeigen. Und sie bieten darüber hinaus Dividenden an. Ich habe hier mal geschrieben, Edelmetall mit Dividende versus SIRP. Was ist SIRP? Steht dieser Begriff für Zero Interest Rate Policy, also Nullzinspolitik. Die Sie hier mal dargestellt sehen in Form der Durchschnittsleitzinsen der europäischen, amerikanischen, britischen und japanischen Zentralbank. Wenn wir hier die Schweizer und die Dänen noch mit reinrechnen, dann fallen wir noch stärker Richtung Null. Ja, das Ganze ist Ausfluss und Spiegelbild der globalen Überschuldung. Das ist ganz klar. Und in diesem Umfeld spielen Dividendentitel eine immer größere Rolle. Und wenn ich dann natürlich einen Dividendentitel habe, der in dem Sektor Edelmetallförderung tätig ist, dann ist das ein doppeltes Plus, muss man ganz klar sagen. Und wenn wir uns hier diese Leitzinsen aufgedröselt mal anschauen, dann sehen wir, wir sind in einigen Bereichen schon in den negativen Bereich vorgestoßen. Wir haben negative Zinsen, negative Renditen fast über alle Laufzeiten mittlerweile in Deutschland. Wir haben das in der Eurozone, bei der EZB beim Einlagenzins, wir haben es bei der Schweizer Nationalbank, wir haben es bei der Bank of Japan negative Einlagenzins, wir haben es bei der dänischen Zentralbank etc. pp. Wir haben es generell in den skandinavischen Ländern, die Tendenz zu Negativzinsen. Also hier Edelmetalle mit Dividenden versus NIRB. Das ist das neue Akronym NIRB, Negative Interest Rate Policy. Also SIRB wird abgelöst durch NIRB und das symbolisiert im Hintergrund auch der rote Pfeil, der hier durch den Boden nach unten stampft. Und in einem Negativzinsumfeld, da ist Edelmetall, das in diesem Fall nominell sogar einen Zinsvorteil bietet, aber eben kein Kontrahentenrisiko, also kein Schuldnerrisiko und seit über 5000 Jahren als Wert auf Bewahrungsmittel funktioniert hat und jede Währungskrise, jede Wirtschaftskrise, jede Schuldenkrise überlebt hat. Edelmetall interessant. Und was die Minen angeht, muss man ganz klar sagen. Die Minen bieten halt obendrauf einen Hebel und einen Zins. Das klingt verrückt. Wenn wir uns hier die Entwicklung mal anschauen, dann muss man sagen, so eine Konstellation hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Wir sehen hier dargestellt die deutschen 10-jährigen Anleihen. Es gibt Rückrechnungen bis 1870 für länger laufende, also langfristige Staatskredite. Und der Kollege Markus Blaschock von Blaschock Research, den Sie vielleicht kennen als sehr versierter Analyst der Terminmarktdaten, also der berühmten COD-Daten, können Sie auch gerne auf seiner Homepage mal nachschauen, der hat sich die Mühe gemacht, diesen Chart hier mal zusammenzubauen und die von Deutschland für Schulden seit 1870 gezahlten Renditen im längerfristigen Bereich mal zusammenzustellen. Da sehen Sie hier, dass es natürlich verschiedene Phasen gab. Es sind zur Weltwirtschaftskrise, Hyperinflation, Weimarer Republik, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Dann auch mal die Unterbrechung, da wurden die Anleihen eben nicht gehandelt. Aber jetzt das erste Mal eine Geschichte seit Aufzeichnung der Daten, Negativzinsen. Im 10-jährigen Bereich, im kurzfristigen Bereich eh schon weit negativ. In der Schweiz laufen wir ja Richtung minus 1%. Da sind wir glaube ich im Moment bei minus 0,7%. In diesem Umfeld sind natürlich Aktien die letzten Wertpapiere, die noch ein Coupon besitzen, nämlich den Dividendencoupon. Und wir wissen aus den 70er Jahren, der großen Silber-Gold-Minenhaus aus den 70er Jahren, dass die Minen in dieser Zeit zweistellige Dividenden gezahlt haben. Und das Schöne, die meisten Minen zahlen Dividenden quartalsweise aus. Wir wissen auch aus der Millennium-Source von 2001 bis 2011, dass die Minen sehr attraktive Dividenden gezahlt haben, bis hoch 5-6%. Das Neue ist aber das Zinsumfeld. Der natürliche Wettbewerber, der Dividendentitel, ist der Zins, der sogenannte Fixed Income-Zins, also der Anleihen. Und Anleihen haben heute ein KGV, also der Bund-Future hat ein KGV von 800. Also da können die Minenaktien nicht mal ansatzweise mithalten, bieten aber eine höhere Dividende und fördern das Geld der Zukunft aus dem Boden, nämlich Gold und Silber. Also eine hochspannende Situation, hochpotent, hochexplosiv Richtung Norden. Generell muss man sagen, wenn die Zinsen real negativ werden, dann schlägt die Stunde der Edelmetalle. Hier mal dargestellt durch eine Studie der Deutschen Bank von 1972 bis 2008. Und da sehen Sie unten in der Absisse dargestellt die Realzinsen, also Nominalzins minus Teuerung. Und links dargestellt die Ordinate. Wir haben im Moment in Deutschland ungefähr eine Inflation, also eine Teuerungsrate von 0,6%. Daraus leitet sich dann auch ein Realzins ab, der Richtung minus 0,7, 0,8 geht, wenn man sich die kurzfristigen Zinsen anschaut. Und da sehen wir, dass die, ja, das Gold genau das tut, was diese empirische Untersuchung auch unterstellt. Es legt zweistellig zu, allein dieses Jahr ja schon zweistellig im Plus Richtung, ich glaube 22%, 23% Goldpreis in Euro im Plus. Und die Minen viel deutlicher noch im Plus mit entsprechender Hebelwirkung. Das Umfeld von der Zinsseite her ist für Minenaktien, Edelmetall mit Dividende, ganz klar Vorteil Nummer 1. Bevor ich zum Vorteil Nummer 2 komme, ganz kurz mal dargestellt. Die Entwicklung der Minenpreise anhand des Minenindex nach New York Stock Exchange, Arca Goldpacks Index, auch bekannt als Hui. Das sind Goldminen, die nicht ihre Produktion abhetschen. Und deshalb voll partizipieren an der Metallentwicklung. Da hatte ich Ihnen letztes Mal schon gezeigt, das Durchbrechen der Abwärtstrends. Das hat sich fortgesetzt, das war meine Vermutung. Und jetzt haben wir hier noch einen Horizontalwiderstand bei ungefähr 250. Wenn wir da auch durchgehen, dann sehen Sie, welches Potenzial wir haben. Dann laufen wir widerstandsfrei Richtung 500 Punkte. Ja, mein Prognosefeil hier zeigt auch in diese Richtung. Timing, ja, ist nicht ganz klar, aber die Richtung ist klar. Widerstände nach oben aus dem Markt genommen. Wir haben noch einen Horizontalwiderstand. Ich glaube, spätestens wenn die Saisonalität pro Edelmetalle spricht, der Terminmarkt sich vielleicht noch mal ein bisschen bereinigt hat, gehen wir da durch und dann, ja, Heidewitzka, Herr Kapitän, sagt man bei uns in Preußen. Vorteil Nummer zwei, der Margeneffekt. Das wollte ich Ihnen unbedingt noch mal zeigen. Da kamen auch viele Fragen von Investoren. Und ich habe das hier mal festgemacht am Beispiel einer Silbermine. Denn ich habe ja heute auch eine Silbermine mit der Sabina im Portrait. Da sehen Sie links dargestellt in der Ordinate Silberpreis in US-Dollar. Geht von 15 auf 30. Und rechts dargestellt die Minengewinnmarge in US-Dollar. unterstellt, dass die Mine produziert, also die Gewinnspelle der All-in-Sustainable-Cash-Kost liegt bei 10 Dollar die Unze Silber. Das ist hier unterstellt. Das heißt, wir haben bei 15 Dollar haben wir 5 Dollar Marge auf die Unze. Jetzt steigt der Silberpreis von 15 Dollar auf 30 Dollar, verdoppelt sich also 100 Prozent. Aber die Marge der Mine unterstellt, die Produktionskostenbleime relativ konstant. Die würde sich dann von 5 Dollar auf 20 Dollar um 300 Prozent oder den Faktor 4 erhöhen. Also wir haben hier eine Verdopplung des Silberpreises und eine Vervierfachung der Marge. Das ist schon sehr interessant. Und das zeigt, warum Minen in einem Hosse-Zyklus der Edelmetalle so viel attraktiver sind, was die Rendite angeht, als das Metall selbst. Und dann kommen eben noch die Dividendenausschüttungen dazu. Viele Minen betreiben eine sehr investorenfreundliche Dividendenpolitik. Zum Beispiel das Unternehmen, das ich im letzten Minenbriefing vorgestellt hatte, die Silberwieten, ein Streamer, ein Rolltierunternehmen, das sehr klar auch in seiner Satzung geschrieben hat. Wenn Überschüsse da sind, dann werden die Investoren bevorzugt behandelt in Form von Dividenden, auch in Form von Sonderdividenden. Das wird eine Philosophie sein, die sich auch bei vielen anderen Minen durchsetzen wird. Und das Cash wird dann vorhanden sein. Im Moment kämpfen einige Minen noch dazu, den Turnaround zu überleben, weshalb auch eine breite Streuung im Portfolio absolut empfehlenswert ist. Ich weiß viele Minenportfolios, auch bei Wikifolio, die haben eine Handvoll Minen drin, manche 8, 9, 10, manche haben ein Dutzend Minen drin. Das ist in dieser frühen Phase nicht empfehlenswert. Und die Mine, die ich Ihnen heute porträtiere, die wird Ihnen nochmal die Notwendigkeit offenbaren, warum man breit streuen muss. Die Portfolio Theorie sagt ganz klar, breite Streuung, Diversifikation, glättet Volatilität und ich kenne keinen volatileren Sektor, mal abgesehen von Biotechs und kleinen Startup Companies, die an die Börse kommen, aus dem Silicon Valley, keinen volatileren Sektor als den Minensektor. Sehr große spezifische unternehmerische Risiken, da muss nur mal ein Projekt schief gehen und schon bricht 30% der projizierten Cashflows weg und dann wollen Sie nicht nur 12 Minen im Portfolio haben, ganz klar. Es gibt weltweit ungefähr 1500 gelistete Minen, davon in Deutschland ungefähr 15% handelbar und trotzdem habe ich mich, wenn man die Gesamtanzahl der Minen gibt, die zur Verfügung stehen, habe ich mich nur auf den Bruchteil davon konzentriert und trotzdem ist das Portfolio 77 Minen groß, aber das schützt eben auch davor, wenn hier mal was schief geht, denn eins muss Ihnen klar sein, diese Margenentwicklung nach oben, die ich hier dargestellt habe, da ist nach unten bei den meisten Minen nicht viel Puffer und es muss erst mal zu einer Entwicklung, zu einer Absetzentwicklung der Preise Richtung 30 Dollar beim Silberpronze und Richtung 1500 beim Gold kommen, bis die meisten Minen wieder safe. Auses Check. Vorteile, Portfolio, Performance. Ich habe Ihnen hier nochmal, wie eben schon kurz erwähnt, wichtige Vorteile mitgebracht zum Thema Wikifolio generell. Das gilt aber insbesondere für Minen, Wikifolios und fürs Auses. Es gibt keine Transaktionskosten. Wenn ich im Wikifolio trade, zahle ich keine Transaktionskosten. Ja, der Spread zwischen Geld und Briefkosten, der fällt an. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, wenn man hier dann die Aktien handelt, sobald die Märkte in Toronto und Amerika auf sind und entsprechend enge Spreads durch die Kursreferenzen aus Nordamerika hier zu uns rüberspappen, auch an die Börse in Stuttgart. Aber generell muss man sagen, keine Transaktionskosten. Das heißt, Sie zahlen nicht für Ihre Depobank, keine Maklerquotage und so weiter und so fort. Da sparen Sie einiges an Kosten. Das ermöglicht eine breite Streuung. Denn wenn Sie überlegen, Sie haben 10.000 Euro im Portfolio, kaufen 77 Minentitel, da bedeuten die Transaktionskosten natürlich eine erhebliche Hürde, damit Sie überhaupt erst mal in den Gewinn reinkommen. Ein Beispiel, Sie handeln eine Mine für 100 Euro, haben 5 Euro Maklerquotage, da müssen Sie erst mal 5 Euro Gewinn erzielen. Das ist bei Wikifolio überhaupt kein Problem. Da können Sie theoretisch in so ein Portfolio auch 1.000 Minen reinpacken. Das ist völlig irrelevant. Keine Transaktionskosten ermöglichen breite Streuung zur Risikominimierung. Wichtig ist, das gilt übrigens auch für Investmentfonds oder auch für ETFs, keine Abgeltungssteuer bei Gewinnrealisierung im Wikifolio. Wenn Sie zum Beispiel jetzt in Ihrem privaten Portfolio bei einer Harmony Gold die 300% Gewinn realisieren, müssen Sie sofort Abgeltungssteuer dafür abführen und haben weniger Geld zum Reinvestieren in andere Minen. Das Problem haben Sie hier nicht im Wikifolio. Ich kann Gewinne realisieren, wie ich es auch schon getan habe, zum Beispiel dann von Goldminen sukzessive auch stärker in Silberminen umschichten, was ich auch aktuell tue. Und die Gewinne kann ich hier steuerfrei herausnehmen und reinvestieren, sodass man hier auch einen Zinseszinseffekt schön realisiert über die Gewinne, eine kleine Gewinnkaskade aufbaut. Das ermöglicht hohe Flexibilität für Rotationsbewegungen. Sowohl der Wegfall von Transaktionskosten als auch die Tatsache, dass ich im Wikifolio bei Realisierung von Gewinn keine Abgeltungssteuer zahlen muss, macht es mir möglich, sehr flexibel von Majors in Juniors in Explorer, von Gold in Silber, von Gold in Palladium, Platin, Diamantenmin, in Zink, was auch immer umzuschichten. Schwerpunkt ist natürlich Gold und Silber, aber auch Palladium, Platin. Also die Weißmetalle sollen in Zukunft eine größere Rolle spielen aufgrund des Nachholpotenzials und aufgrund anderer, besonderer Faktoren, die Palladium und Platin auszeichnen und hier eine ganz andere Risikostruktur mitbringen. Aber das funktioniert dann, wenn auch die Teuerung, die Inflation stärker ins Laufen kommt. Dann möchte ich hier mir auch die Flexibilität erhalten, um diese Rotationsbewegung im Portfolio auszuführen. Das ist bei Wikifolio überhaupt kein Problem. Auch die hohe Flexibilität bei der Investitionsquote ist gewährleistet. Ich kann theoretisch von 0 bis 100 investieren. Im Moment Investitionsquote 100, weil es geht ja gerade erst los. Später kann es aber nochmal wichtig werden, dann bei Überschießen in Sekundärkorrekturen hinein die Investitionsquote herunterzufahren, um dann wieder Schnäppchen zu machen. Maximale Transparenz bedeutet, Sie sehen alle Trades, Sie sehen die Kursentwicklung, Sie sehen auch, welche Kosten damit verbunden sind. All das sehen Sie völlig transparent und die Transparenz wird noch getoppt durch die sehr enge Investorenkommunikation. Also ich versuche, alles was ich tue, alles was wichtig ist für Gold, für Silber, für Minen zu kommentieren, Sie auf dem Laufenden zu halten und natürlich auch im Rahmen dieses Video-Podcasts Sie mitzunehmen auf der Reise Minenhorse 2.0. Das Portfolio sieht aktuell so aus. Wie erwähnt, die Cashquote sehen Sie hier bei 0,0%. Größte Position nach wie vor die Goldminen. Ich habe auch noch eine Newman, eine Barrick Gold drin, weil das ist im Moment noch der Liebling der großen Investoren. Alle, die Gold als sichere Hafen wollen, nicht physisch investieren können, auch nicht in ETFs kaufen, Barrick und Newman und deshalb bleiben die auch noch ein bisschen drin. Aber perspektivisch, das sehen Sie schon im Vergleich zum letzten Mal, leicht aufgebaut, schon die Silberminen, Palladium, Minen hier allen voran, der Weltmarktführer Norilsknickel, leidet im Moment noch so ein bisschen unter den Russlandsaktionen und auch dem schwachen Rubel. Aber das wird sich umkehren. Ich glaube, dass Norilsknickel es wert ist, ab und zu mal wieder in Schwäche hinein zu kaufen, denn die machen die Preise für Palladium. Die sind quasi Monopolist und Palladium ist in vielen Bereichen unentbehrlich, zum Beispiel im Katalysatorbereich, wo sie nur ersetzt werden können um das viel teurere Platin. Deshalb Palladium, einer meiner Favoriten. Deshalb werden Sie auch in meinem Portfolio immer wieder Palladiumminen finden. Das gleiche gilt für Platinminen, wichtiger Industriemetall. Und unter dem Thema Geldmetalle, laut amerikanischer Verfassung, ist Platin dort offiziell Geldmetall und war politisch noch nie verboten, anders aus Gold. Deshalb auch Platinminen mit dabei. Und dann noch 5,1 Prozent andere. Da haben wir Diamantenminen mit drin, da haben wir auch Kupferminen mit drin und da haben wir auch Zulieferer und Ausrüstern mit drin, wie zum Beispiel eine Caterpillar. Thema Performance, Kennzahlen, Trades, Kommentare und Porträt. Da kann ich Ihnen hier leider nur eine schematische Kursentwicklung anbieten. Aus rechtlichen Gründen muss ich Sie verweisen oder möchte ich Sie verweisen auf wikifolio.com. Dort einfach oben im Suchfenster nur den Begriff Ausis eingeben. Kommen Sie sofort aufs richtige Wikifolio, nur Ausis. Und dort sehen Sie im Detail alle Performancezahlen, alle Kennzahlen, alle Trades, alle Kommentare und auch das Porträt meiner Wenigkeit des Managers, dieses Wikifolio, das Wikifolio Traders. Ja, dann kommen wir zum Abschluss des heutigen Video-Podcasts Minenbriefing. Im Porträt heute die Sabina Gold & Silver Corporation, ein Unternehmen, das durch sehr turbulente Tage und Wochen gegangen ist. Und den Grund dafür wollen wir uns anschauen. Aber zunächst gucken wir mal, wer ist denn überhaupt? Diese Sabina Gold & Silver Corporation ist ein Explorer, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich Gold, Schwerpunkt Silber und Zink, produziert ausschließlich im Moment in Kanada, hat seinen Sitz in Vancouver und betreibt aktuell sechs Projekte, die sich in verschiedenen Entwicklungs- und Produktionsphasen befinden. Zum Teil ist das Unternehmen auch als Royalty-Partner aktiv, also vergleichbar wie zum Beispiel Silver Bieten. Unter anderem für den Großkonzern Glencore, an den hat Sabina im Jahr 2011 zu Höchstpreisen das Hackett River Project für 50 Millionen Dollar in Cash verkauft und hat darüber hinaus heute noch im Rahmen einer Royalty-Partnerschaft Anspruch auf 22,5 Prozent der ersten 190 Millionen Unzen geförderten Silbers, bezieht daraus also auch sehr guten Cashflow. Sie sehen hier mal dargestellt die wichtigsten Projekte, eins der Schlüsselprojekte und auch Anstoß der jüngsten Turbulenzen liegt im Nunavut-Territorium im Norden Kanadas. Da befinden sich generell die größten und bedeutendsten Projekte von Sabina. Die Besonderheit dieses Nunavut-Territorium ist die sehr weitreichende Mitbestimmung der dort lebenden Inuit-Ureinwohner, denen das Land auch gehört. Das Territorium grenzt im Westen an die Northern Territories, im Osten an Grönland und im Süden an die Provinzen Ontario und Quebec. Die Region ist sehr rohstoffreich, aber eben auch ein streng geschützter Naturraum. Und in diesem Zusammenhang sind auch die jüngsten Turbulenzen des Aktienkurses zu sehen. Der seit Beginn des Jahres und speziell seit Mitte April sehr stark gestiegene Aktienkurs, den Sie hier dargestellt sehen, knickte am 16. Juni plötzlich über 50 Prozent ein aufgrund einer Ad-Toc-Mitteilung zum Back-River-Gold-Projekt, das sich eben genau in diesem Territorium befindet. Und warum, erläutere ich gleich noch. Die Aktie ist ein Liebling vieler Spekulanten und reagierte entsprechend heftig. Der Minentitel war bis vor kurzem in einigen Minenportfolios, übrigens auch bei Wikifolio, gut zweistellig gewichtet. Die Gewichtung im Auses betrug vor dem Kurs ein Bruch in der Spitze 2,7 Prozent. Aktuell nach kleinem Zukauf jetzt 1,9 Prozent. Dank der relativ geringen Gewichtung beschränkte sich der Negativeffekt im Auses-Portfolio auf lediglich 1,4 Prozent auf das Gesamtportfolio betrachtet und konnte ganz gut von anderen Minenaktien und deren Gewinn kompensiert werden. Die Gesamtposition Sabina Gold & Silver ist im Auses-Wikifolio nach wie vor mit knapp über 20 Prozent im Plus. Aber ich habe auch von einigen Kollegen und Leidensgenossen mitbekommen, dass deren Portfolios aufgrund dieser Entwicklung fast zweistellig im Minus waren. Das ist ein Grund, warum ich der Meinung bin, man sollte sich wirklich auf dieser frühen Phase der Minenhausse auf breite Diversifikation fokussieren. Ein sehr gut diversifiziertes, großes Fondsportfolio besteht im Schnitt zwischen 30 und 50 Werten. Und das ist auch die Zielallokation, die ich vornehmen werde. Aktuell die 77 Titel sind wirklich der Tatsache geschuldet, dass es bei vielen Minen, die grundsätzlich interessant sind, noch nicht ganz klar ist, ob sie den Turnaround schaffen und wie sie ihn schaffen, ob es nochmal Kursrücksetzer gibt. Deshalb mein Plädoyer im Moment eher für eine breite Diversifikation und nicht den Versuch mit einigen wenigen Minen irgendwelche Minenindizes auch zu performen. Das ist, denke ich, aus meiner Sicht nicht vollumfänglich im Interesse der Investoren. Aber da hat jeder seine eigene Philosophie. Für manchen ist Outperformance das Wichtigste für mich im Moment der olympische Gedanke. Minen, ja, muss man dabei sein. Und ich denke, wenn man von mehreren hundert Minen, die zur Verfügung stehen, auch in Deutschland, ein Portfolio von 77 zusammenstellt, dann ist das schon eine gute Selektion und immer noch ausreichend breit diversifiziert. Aber 5, 6, 7 oder 8 Minen in einem Portfolio und das als einziges Investment im Portfolio, ist aus meiner Sicht doch sehr spekulativ. Und wir bewegen uns schon in einem spekulativen Sektor. Ja, kommen wir mal zum Grund. Der Grund für den Kurseinbruch der Sabina-Aktie war die Mitteilung des Unternehmens bezüglich eines abschlägigen Bescheids zur Erteilung der Förderlizenz für das Backriver Gold-Projekt in Nunavut. Und dessen Produktionsaufnahme von den Spekulanten de facto schon in den Aktienkurs eingepreist war. Das Nunavut Impact River Board, also dieses Gremium, das den Einfluss dieser Mine auf die Umwelt beurteilt hat, hat nach eingehender Prüfung und vielen Anhörungen wegen Umweltbedenken zunächst keine Genehmigung für die Durchführung dieses Projektes erteilt. Besonders der Schutz der Karibus, das sind nordamerikanische Rentiere, die Sie auch aus Norwegen kennen, Die haben zu der vorläufigen Lizenzverweigerung geführt, denn sie sind besonders schützenswert und leben dort in dieser Region. Der Präsident und Chief Executive Officer von Sabina Bruce McLeod sagte daraufhin in einem Statement, dass man weiterhin zuversichtlich sei, dass die Bedenken dieses Nunavut Impact River Board bezüglich des Tierschutzes durch weitere Konsultationen und die Zusammenarbeit mit den Beteiligten und entsprechenden Maßnahmen gelöst werden kann. Ja, da sowohl die Kitigmiot Inuit Association als auch die Kitigmiot Gemeinden und der Bund der territorialen Behörden das Projekt unter wirtschaftlichen Aspekten gutheißen, ist aus meiner Sicht eine Einigung im Zeitverlauf durchaus realistisch, wenn man die entsprechenden Umweltauflagen von Seiten Sabinas erfüllt hat. Daher habe ich meine Position etwas verbilligt und leicht aufgestockt, aufgrund der bestehenden Geschäftsaktivitäten von Sabina und der grundsätzlich positiven Einstellungen der Inuit sowie der lokalen Verbände gegenüber dem Backriver Gold Projekt, rechne ich im Zeitverlauf mit einer deutlichen Erholung der Aktion, einer fortgesetzten Partizipation an der generellen Gold-, Silber- und Minenhausse. Sabina verfügt über ausreichende Mittel und Cashflows aus anderen Geschäftsaktivitäten, unter anderem aus der geschäftlichen Vereinbarung mit Glencore, um die Verzögerung des Lizenzerteilungsprozesses managen zu können, das ist meine persönliche Meinung. Interessant ist aber für mich rein grundsätzlich, dass Sabina im rechtlich und politisch stabilen Kanada operiert und nicht zum Beispiel in Peru ohne Venezuela, was aus meiner Sicht ein ganz klares Pro-Argument für die Miengesellschaft ist. Das Management ist gut aufgestellt, wurde jüngst wieder bestätigt auf der Hauptversammlung. An sich ein sehr gutes Unternehmen. Solche Dinge können bei Minen passieren und wenn Sie dann eben nur sechs Projekte haben und eins geht an Wiedererwartung, nicht in Förderung, dann haben Sie eben solche Kurseinbrüche. Was man aber auch sieht, ist, dass der Kurs sich vom Tief auch nach meinen Käufen schon wieder erholt hat und ich gehe fest davon aus, die Miene wird auch ihren Aufwärtsdrehen wieder fortsetzen. Aber Sie sehen, es ist eine gute Idee zu diversifizieren. Das nochmal als Satz zum Abschluss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich, dass Sie sich für das Wikifolio Auses Gold und Silbermin interessieren, wünsche Ihnen viel Erfolg beim Investieren und würde mich sehr freuen, wenn Sie mal auf Wikifolio bei Auses vorbeischauen und auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, wir hören und eventuell sehen uns mal auf einer meiner Vorträge. Ihr Hannes Zipfel